Ein Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. 5 Personen haben in diesem schwarzen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage und noch vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 4,0 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 13.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.